Hi ihr Lieben, heute haben wir wieder ein sehr spannendes Thema. Der Mario hat mich gefragt, kannst du mal was sagen zum Thema Herzangst und wie man die loswerden kann? Also er beschreibt, dass er auch so ein Herzstolpern hat, ein Herzrasen und alles probiert, damit diese Situationen nicht mehr auftreten und aus dieser Spirale kommt er nicht mehr raus. Was du also tun kannst, um aus deiner Herzangst rauszukommen, was Herzangst überhaupt ist und was die Zusammenhänge sind bei der Herzangst, all das klären wir im heutigen Video. Bleib dran! Ja, nochmal herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Dr. Michaela Krohn, ich bin Ärztin, Therapeutin und Coach und schauen wir uns doch erstmal den Begriff Herzangst an. Es werden verschiedene Synonyme verwendet, wie Herzphobie, Herzangstneurose oder Herzneurose, Kardiophobie und so weiter. Alle Begriffe meinen dasselbe und was es manchmal ein bisschen schwierig macht, auch die Begrifflichkeiten, auch die verschiedenen Angststörungen voneinander zu trennen. Das ist ohnehin sehr schwierig, weil zum Teil mündet eben auch eine Panikstörung in eine Herzangst. Oder eben auch andersrum, auch eine Herzangst kann mit Panikattacken vergesellschaftet sein. Und es gibt auch andere angrenzende Angststörungen, die da mit reinspielen können, wie zum Beispiel die generalisierte Angststörung und so weiter. Von der Diagnose her bewegen wir uns bei der Herzangst im Bereich hypochondrische Störungen, also quasi Menschen, die Krankheitsängste haben. Krankheitsängste können sich ja auf unterschiedliche Bereiche des Körpers beziehen. Und in dem Fall ist es eben das Herz. Andere haben es im Magendarmbereich, andere haben andere Beschwerden, zum Beispiel Hautbeschwerden, wo sie dann glauben, eine bestimmte Erkrankung zu bekommen. Oder sie glauben, eine Autoimmunerkrankung, zum Beispiel Multiple Sklerose zu bekommen und so weiter. Das ist ein breites Spektrum bei den Krankheitsängsten. Und die zweite Version, durch die quasi die Herzangst kodiert werden kann, laut ICD-10, wäre eben auch die somatoforme autonome Funktionsstörung. Also autonom bezieht sich eben auf das autonome Nervensystem, also das nicht willkürlich steuerbare Nervensystem. Das bezieht sich eben auf Bereiche wie eben das Herz oder auch den Magendarmtrakt, unter anderem. Genau, in einer von diesen beiden Kategorien wird die Herzangst meistens verschlüsselt. Wichtig zu verstehen ist, was man nicht finden wird, ist, du hast eine Herzangst, wenn du diese und jene klassischen Symptome hast. Sondern es ist mehr so eine beschreibende Diagnose. Die Herzangst beschreibt im Grunde, es gibt einen Symptomenkomplex, der vor allem angstfokussiert ist und mit kardiologischen, also mit herzbezogenen Symptomen einhergeht. Also Herzstolpern, Herzrasen, auch so Aussetzer zu fühlen, so Extrasystolen, was auch immer, dass du merkst, wenn es mich schlägt, das bis zum Hals. Und das sind eben die Dinge, die die Menschen dann extrem beunruhigen. Wichtig ist aber zu wissen, es handelt sich eben um eine Angststörung. Und zum Teil, ich habe das auch so erlebt, wird diese Störung auch nicht so richtig ernst genommen. Also bei Krankheitsängsten ist ja natürlich für jemanden, der es nicht hat, unglaublich schwer nachzuvollziehen. Warum steigert derjenige sich vermeintlich da so rein? Er hat doch nichts. Also die meisten, die Herzangst haben, haben es ja auch bereits abklären lassen. Das ist, glaube ich, bei dir, Mario, auch der Fall, dass du keine körperliche Ursache hast, beziehungsweise nichts gefunden wurde. Und das ist ja eben dann auch ganz oft so, dass Menschen, die das haben, die so eine Herzangstthematik haben, das oft gar nicht glauben können. Die denken dann, Mensch, hat der Arzt vielleicht was übersehen? Oder muss ich vielleicht doch nochmal eine Untersuchung machen? Oder vielleicht war es an dem Tag vielleicht gar nicht da? Und jetzt laufe ich unter einer Fehldiagnose quasi. Also die Menschen, die betroffen sind von der Herzangst, sind in der Regel davon überzeugt, dass sie einen organischen Befund haben, also einen Befund am Herzen. Und das geht mit einem, ja, für Menschen, die es nicht haben, wirklich fast nicht vorstellbaren, sehr, sehr hohen Leidensdruck einher. Also diese Menschen, die eine Herzangst haben, die leiden wirklich sehr. Was sie natürlich auch tun, ist, dass die Angehörigen, die Partner, manchmal auch die Kinder natürlich, die werden oft so mit einbezogen in diese Ängste. Und das macht es oft schwer, auch im familiären Setting, in der Partnerschaft. Weil Menschen, ja, mit einer Herzangst neigen eben dazu, wirklich zu vermeiden. So wie der Mario das ja auch geschrieben hat, dass er alle Situationen versucht zu meiden, die wieder zu einem Herz stolpern, die wieder zu einem Herz rasen, die wieder zu, ja, einem erhöhten Puls führen können, ja. Ja, die versucht er zu meiden. Und dadurch sinkt auch die Leistungsbereitschaft, die Leistungsfähigkeit. Es kommt so ein Schonverhalten an den Tag. Und wie gesagt, oft werden eben die Angehörigen insofern mit einbezogen, als dass sie sozusagen oft dann, ja, auch ein Stück weit die Passivität oder die Unselbstständigkeit des Betroffenen halt mit fördern, auch durch den Druck des Betroffenen. Weil der ist ja wirklich hilflos mit seiner Situation. Der ist, der weiß nicht, wo oben und unten ist. Der weiß auch nicht, wie er damit umgehen soll. Und der weiß schon gar nicht, wie er da rauskommt. Das heißt, es verselbstständigt sich dann eben oft sowas, dass da eben immer mehr Unselbstständigkeit ist, immer mehr Vermeidung. Und natürlich, dadurch baut ja auch der Körper ab. Also wenn der Körper quasi vor allen Situationen, wo er mal ein bisschen Stress generiert, da kommen wir gleich noch zu, wenn er davor geschont wird, auch kein Sport, keine Bewegung und so weiter, dann führt das natürlich dazu, dass der Körper immer weniger belastbar wird. Was natürlich damit einhergeht, dass die Symptome mehr werden können. Also, was ist denn jetzt das große Problem an dieser Herzangstneurose? Also die Betroffenen, und das muss man verstehen, die Betroffenen glauben wirklich, sie glauben, dass sie einen Herzinfarkt bekommen, dass das Herz stehen bleibt, dass das Herz versagt, dass sie sterben müssen. Und das ist natürlich ein unglaubliches Dilemma. Also oft, wie gesagt, drehen sich diese Symptome ja um schnelles Herzschlagen. Also wirklich, mir schlägt das Herz bis zum Hals, oder mein Herz rast, mein Herz stolpert, mein Herz setzt aus. Das sind die Dinge, wie sie sich anfühlen. Und sobald natürlich der Körper so ein bisschen in Stress kommt, kommen ja diese Symptome mitunter zum Tragen. Das Herz schlägt schneller. Es gibt eben auch Extrasystolen, es gibt auch Aussetzer. Ja, diese Dinge sind ja ganz natürlich. Das ist auch das, was wir gleich noch besprechen werden. Und trotzdem ist es ganz wichtig zu verstehen, dass dahinter eine extrem große Not ist. Das habe ich ja vorhin schon gesagt. Und jetzt schauen wir uns mal an, was es denn, ja, auf körperlicher Ebene überhaupt damit zu tun hat. Denn was wir natürlich verstehen müssen, oder was ihr verstehen müsst, ist, erst mal ist an einem schnellen Herzschlag. Oder an einem wirklich aufgebrachten System. An einer, ja, vielleicht beschleunigten Atmung. Nichts Schlimmes. Wenn das Herz mal stolpert, ist es nichts Schlimmes. Insbesondere, wenn auch abgeklärt wurde, ob am Herzen irgendwas Organisches vorliegt und ein negativer Befund vorliegt, dann wurde sogar noch mal bestätigt, das ist nichts Schlimmes. Das heißt, der Körper reagiert eben auf bestimmte Stresssituationen. Das kann körperlicher Stress sein, zum Beispiel künstlich produziert quasi durch Sport. Oder es kann wirklich Stress sein, im Sinne von, oh, ich habe Druck, ich habe vielleicht beruflichen Druck. Oder ich muss, was weiß ich, schnell die Kinder zum Kindergarten bringen. Und so weiter. Also es gibt so mögliche Stressoren, die dann eben eine Stressreaktion im Körper auslösen. Ja, es gibt auch Konfliktsituationen, etc. Können sowas auch begünstigen. Und dann kommt es eben zu einer Stressreaktion des Körpers. Das ist ja nicht nur das Herz, sondern es bezieht sich ja eben auch darauf, dass die Muskulatur mehr durchblutet wird, dass die Atmung wirklich auch vertieft wird, damit eben Energiereserven bereitgestellt werden für den Kampf- bzw. Fluchtmodus. Das heißt, der Körper wird in einen Kampf- bzw. fluchtbereiten Modus versetzt. Also eine Stressreaktion ist ganz typisch damit einhergehend. Das heißt, im Grunde wird der Körper einfach bereit gemacht, eben für eine Reaktion. Das heißt, was man erst mal verstehen muss, ist, dass an einem beschleunigten Herzschlag oder auch an einer Extrasystole oder auch an einem vermeintlichen, das Herz schlägt mir bis zum Hals oder das Herz schlägt sehr, sehr stark, dass da erst mal nichts Schlimmes dran ist, sondern der Körper tut, was er soll. Der Körper tut das, wie er quasi auch automatisch eingestellt ist. Unser Körper macht unglaublich viel automatisch. Nur, und jetzt wird es wichtig, nämlich jetzt müssen wir verstehen, warum steigert sich das Tennen so bis ins Unermessliche, bis hin zu Panikattacken, bis hin zu Todesangst, bis hin zu einer krassen, wirklich vernichtenden Angst, einen Herzinfarkt haben zu können. Also viele haben wirklich da linksseitige Brustschmerzen, die in den Arm ziehen, sie haben Atembeschwerden. Die typischen Herzinfarktsymptome treten eben oft auf. Und genau, was Menschen natürlich dann auch oft machen, ist, dass sie, ja, sie fangen an zu googeln. Sie googeln oder sie gehen in Foren, wo eben diese ganzen Dinge dann bis ins Detail erforscht werden. Was sie natürlich auch tun, sie messen andauernd ihren Blutdruck, sie messen andauernd ihren Puls. Und das führt natürlich nicht in die Richtung, dass das System sich entspannt. Denn wenn wir so aufmerksam quasi auf ein bestimmtes Symptom, auf ein bestimmtes Organ schauen und dann auch uns noch ergoogeln, was denn auftreten könnte, dann passiert natürlich genau das, dass unser Körper immer mehr in Alarmbereitschaft ist. Und in Alarmbereitschaft bedeutet, genau das, was wir eben schon gesagt haben, er stellt sich auf Kampf oder Flucht ein und entsprechend steigen natürlich wieder die Reserven. Das heißt, das Herz schlägt wieder schneller, das Herz schlägt vielleicht stärker, das Herz stolpert vielleicht auch mal. Ja, und das ist quasi eine sich selbst verstärkende Reaktion dann. Und das ist ganz wichtig zu durchblicken. Und der Kern quasi, es ist ja quasi wie ein Teufelskreis. Es ist ein Teufelskreis, aus dem die Betroffenen eben nicht rauskommen. Also diese, es gibt erst mal, sag ich mal, aus einer nicht vorhersehbaren Situation entsteht eben quasi ein, was weiß ich, ein Herzrasen oder ein Herzstolpern. Das ist quasi wie so eine Art einmaliges Ereignis und dann ist da ein Schreck. Ja, also und dann wird auf dieses Symptom quasi vermehrt geguckt. Die Wahrnehmung wird geschärft dafür. Das ist genau das, was wir eben gesagt haben. Dann wird auch noch nachgelesen, dann wird nachgeholt, es wird immer nachgemessen. Das heißt, die Aufmerksamkeit wird verstärkt. Und was verstärkt natürlich die Aufmerksamkeit, neben der vermehrten Stressreaktion, natürlich auch die Wahrnehmung von Symptomen, die da auftreten können. Ja, und das führt eben dann dazu, dass noch mehr Angst da ist. und Problem an der ganzen Sache ist eben, also das Kernproblem ist die Bewertung des Symptoms. Also die Bewertung des schnellen Herzschlags, die Bewertung des stolpernden Herzens oder die Bewertung des stark schlagenden Herzens oder die Bewertung dessen, dass mir das bis zum Hals steigt. Ja, nämlich die Bewertung, ich bekomme einen Herzinfarkt oder mein Herz bleibt gleich stehen oder ich muss sterben. Das ist quasi die ungünstige Verknüpfung, die da vorliegt. Das heißt, wenn man ganz genau hinschaut, produzierst du mit deinen eigenen Bewertungen und das ist ein Automatismus, das machst du nicht, natürlich nicht mit Absicht in dem Sinne, sondern es ist ein Automatismus, deine gedankliche Bewertung des Symptoms, was vielleicht einmal zufällig aufgetreten ist und das ist eben, wie gesagt, das läuft in einer Endlosspirale ab, die bewirkt, dass du noch mehr Angst bekommst und das ist eben dann die Spirale. Das heißt, unsere Gedanken, das ist wichtig zu verstehen, auch in jeglichen anderen Dingen, die ihr hier in meinen Videos findet, unsere Gedanken produzieren bestimmte Gefühle und die Art von Gedanken, die wir denken und wie wir sie denken und mit welchem Blick wir darauf schauen, auf diese Gedanken und ob wir diese Gedanken auch noch glauben, das hat einen massiven Einfluss darauf, in welchem Gefühlszustand wir sind, ob wir mehr Angst haben, ob wir wütend werden oder ob wir uns ohnmächtig fühlen, das ist ja auch ein Thema bei der Herzangst, Ohnmacht. Oder jetzt in anderen Konstellationen, ob wir Freude empfinden. Dieser klassische Beispielsatz, den ich auch immer gerne bringe, ist die Bewertung des Wetters. Ob das Wetter scheiße ist oder nicht, bewertest nur du. Und ob du dich scheiße fühlst, weil das Wetter scheiße ist, das bewertest nur du. Und das ist jetzt in Bezug auf die Herzangst, das ist sozusagen der Key, also der Schlüssel, wo es darum gehen wird, daran zu arbeiten. Und das natürlich auch nicht von heute auf morgen, um 180 Grad zu drehen. Aber was du tun kannst, um eben deine ersten Schritte zu machen, aus der Herzangst heraus, um deine Herzangst zu besiegen, das schauen wir uns sowieso gleich noch an. Jetzt schauen wir uns erstmal an, wie kann es denn überhaupt dazu kommen, dass man eine Herzangst entwickelt. Also Menschen, wir alle, haben unterschiedliche Veranlagungen und wir haben eine unterschiedliche Widerstandskraft gegen Erkrankungen oder gegen auch psychische Belastungen. Das heißt, wir alle kommen mit unterschiedlichen Anlagen zur Welt, wir alle machen unterschiedliche Erfahrungen auch im Laufe unseres Lebens. Und wenn zum Beispiel Menschen mit sehr ängstlichen Eltern oder einer sehr ängstlichen Mama zum Beispiel groß werden, die sehr beschützend ist, immer in Sorge um ihr Kind oder ja oft auch Krankheiten wirklich auch vielleicht eine Rolle spielen in der Familie. Das ist auch oft ein Thema, gerade Herzerkrankungen, wenn die schon mal in der Familie aufgetreten sind oder im näheren Umfeld, das kann auch manchmal sein, dass eben dann so eine Herzangst begünstigt wird. Und was du dir natürlich auch anschauen solltest, ist das Ängste. Wie formuliere ich das am besten? Also aus der Tiefenpsychologie, da gehen wir so ein Stück davon aus, dass Ängste nicht einfach so entstehen. Ja, fangen wir mal so an. Also, dass die nicht einfach so entstehen. Und zum Teil ist es ja wirklich so, gerade wenn man jetzt auf die Spinnenphobie oder auf eine Hundephobie oder auf andere, zum Beispiel eine Flugphobie schaut, dass dann nicht so ganz unmittelbar klar wird, okay, warum besteht da jetzt eine Angst? Und gerade diese Phobien sind ganz gute, ja, sagen wir mal Erklärobjekte, weil dann versteht man, was ich jetzt sagen will, weil häufig sind Phobien quasi, da zeigt sich, dass eine Angst zwar oft besteht, aber die wird dann projiziert auf ein bestimmtes Objekt, ja, oder in dem Fall eben ein Organsystem. Und die Angst bezieht sich aber gar nicht wirklich auf das Objekt, wie jetzt bei der Spinnenphobie oder so, sondern, und auch nicht auf das Organ, sondern es gibt andere Ängste in Bezug auf andere Themen. Es gibt andere, vielleicht auch innere Konflikte. Das ist ja ganz spannend, also Menschen, die eine Herzangst haben, die haben ja eben Angst, ja, zu sterben. Die haben Angst, dass sie ihr Leben verlieren, dass sie, oder dass sie, weiß ich nicht, vor sich hinsiechen. Ja, also das sind ja, das sind ja wirklich krasse Ängste. Das heißt, die Angst zu sterben, und das haben ja andere Menschen mit Krankheitsängsten auch oft, oder auch mit anderen Ängsten, und die ist ja paradoxerweise oft so ein Symbol für die Angst vor dem Leben, ja, die Angst wirklich ins Leben zu gehen, die Angst vor dem wirklich eigenen Leben. Lebe ich wirklich mein eigenes Leben, ja, ich finde es auf jeden Fall ganz wichtig, da hinzuschauen, was stresst mich in meinem Leben, ja, was stresst mich vielleicht unterschwellig, oder sagen wir, fangen wir mal anders an, also was stresst mich ganz offensichtlich, ja, habe ich Stress im Beruf, habe ich Stress mit meiner Familie, habe ich Stress, Freizeitstress, oder habe ich Stress mit meinen Kindern, habe ich Stress mit meiner Partnerin, oder meinem Partner, oder was auch immer, ja, gibt es Konflikte in meinem, ja, Alltag, die vielleicht unausgesprochen sind, oder habe ich in mir Konflikte, trage ich bestimmte Themen mit mir herum, die ja vielleicht nicht bewältigt sind, wo ich nicht so gerne hinschaue, weil es vielleicht auch wehtut, oder vielleicht jemand anderem wehtun müsste, vermeintlich, und tue ich da vielleicht eher mir weh. Also sind da Stressoren, sind da Konflikte, es lohnt sich, da hinzuschauen, weil oft sind wirklich solche Symptomkonstellationen oft wie so ein Stellvertreter für etwas anderes. Und das lohnt sich, dort hinzuschauen. Nichtsdestotrotz möchte ich an dieser Stelle ganz klar sagen, diese, ja, eher tiefenpsychologisch anmutenden Aspekte, das sind Dinge, die sollte man sich anschauen, aber dennoch ist sozusagen die Umbewertung der Symptome, die auftreten, das Wichtigste, um schnell, wie schnellstmöglich, aus der Herzangst zu kommen. Das heißt, die kognitive Verhaltenstherapie ist bei der Herzangst die Methode der Wahl. Und ich würde auch jedem, der eine Herzangst hat, raten, da nicht allein dran rumzulaborieren, sondern sich eine kognitive Verhaltenstherapie zu suchen, um dort wirklich Umbewertungen vornehmen zu können, ja, um zu schauen, welche Gedanken produziere ich oft eben automatisch, ja, und dann natürlich zu schauen, und wie komme ich aus diesen Denkmustern, aus diesen Denkautomatismen heraus. Das braucht natürlich auch eine gewisse Disziplin. Es braucht auch eine Bereitschaft, etwas zu verändern, ja, also es braucht schon die Bereitschaft, dass du sagst, okay, wenn jetzt meine Symptome kommen, das wird auch Teil der Verhaltenstherapie sein, dass du lernst, dich abzulenken. Das klingt so trivial, wie es, ja, wie es auch nur klingen mag, aber es ist einfach genau das, was auch Teil der therapeutischen Strategie ist. Schaffst du es, deinen Aufmerksamkeitsfokus von deiner Grundsymptomatik wegzulenken, von deinem Herzen wegzulenken, von deinen negativen Gedanken, von deinen Herzinfarktgedanken, von deinen Herzversagensgedanken, von deinen Gedanken sterben zu können, abzulenken, ja, wie ist dein Fokus ausgerichtet? Natürlich wirst du dann auch aufhören, deinen Blutdruck zu messen. Du wirst aufhören, deinen Puls zu kontrollieren, ja, du wirst, also diese ganzen Dinge, wo du deinen Körper dann auch noch wirklich überwachst, ja, das wird natürlich Teil der Therapie sein, dass das nicht zielführend ist, im Gegenteil. Und natürlich wird es auch darauf hinauslaufen, dass du, sag ich mal, dein Vermeidungsverhalten, dein Schonungsverhalten, dass du das wieder löst, ja, dass du da rauskommst. Und was eben auch bei kognitiven Verhaltenstherapien zum Teil gemacht wird, sind so kleine Expositionssituationen, ja, dass dein Körper wirklich ein bisschen in Stress gebracht wird, also dass du quasi kleine körperliche Übungen machst, dass du merkst, ah, jetzt geht mein Stresssystem an, ja, mein Körper reagiert, und dass du dann eben auch in therapeutischer Begleitung, ja, dort schaffst, eben damit auch umzugehen und es auch aushalten zu können, nicht nur aushalten zu können, sondern zu merken, aha, es passiert nichts, es ist alles gut. Und dann das eben auch zu steigern, also die Belastung des Körpers und die Belastbarkeit des Körpers auch wieder zu steigern, um, ja, also auch wieder in Form, ja, von Bewegung, dann auch eben selber, ja, also natürlich erst mal womöglich in therapeutischer Begleitung, aber sollte natürlich dann auch schnellstmöglich wieder dahin kommen, dass du auch alleine wieder in Bewegung kommst und deinen Körper wieder forderst. Und das Ganze wird dich natürlich insofern auch fordern, als dass du natürlich sehr bewusst sein wirst. Du wirst immer bewusster sein mit dir, ja, du wirst sehr achtsam mit dir umgehen, idealerweise bist du wirklich auch, ja, liebevoll zu dir, auch zu deinem Körper, dass du vielleicht auch spürst, Mensch, mein Körper will mir irgendwas sagen, ja, das Symptom hat eine Bedeutung. Du wirst also immer mehr auch dahin kommen, deine Gedanken anschauen zu können, auch selbst anschauen zu können, ja, dich auch punktuell von deinen Ängsten zu distanzieren, zu gucken, okay, was passiert gerade, ja, zu gucken, was denke ich gerade, was löst das sozusagen an Gefühl bei mir aus, ja, das, was ich gerade denke, das kann man ja auch in der Retrospektive tun, also dass wenn eine Situation war, wo ich gemerkt habe, oh, ich bin wieder in so eine kleine Spirale reingeraten, was war denn da, ne, also dass du selber deinen eigenen Gedanken auf die Schliche kommst, ja, das erfordert natürlich auch Disziplin, gar keine Frage. Dass du da deinen Gedanken, ja, auf die Schliche kommst, deinen Bewertungen, ja, wo du das direkt sozusagen wieder mit der Angst vor dem Herzinfarkt oder vor dem Sterben verknüpfst und dass du, ja, dann auch spürst, wie sehr du auch selber Einfluss hast darauf. Weil das ist ja auch Teil des Problems, dass du Angst hast, Mensch, mein Körper entzieht sich meiner Kontrolle. Krass, ne, das kenne ich so gar nicht. Du wirst also für dich selber herausfinden, wie du selber quasi dein Angstkarussell verhindern kannst, diesen Teufelskreis quasi der Angst verhindern kannst oder wie du wieder aussteigen kannst, ja, du wirst immer mehr lernen, wieder Vertrauen in deinen Körper zu bekommen, auch Vertrauen in deine Stressreaktion zu bekommen, die ja Gott sei Dank funktioniert, ja, unser Körper funktioniert so gut. Es ist einfach wirklich unglaublich. Und da wieder in so ein Vertrauen zu kommen, in den Körper, ja, in so ein Vertrauen zu kommen, dass es gut funktioniert. Natürlich sollten deine Symptome abgeklärt worden sein, einmalig, ja, einmalig abgeklärt worden sein. Das ist mein dringender Appell. Und dann kann man wirklich wieder schauen, wie du aus der Angst herauskommst. Und das Allerwichtigste ist, dass du wieder lernst, deine Aufmerksamkeit zu lenken, also die Gedanken und Bewertungen, ja, zu entschlüsseln, beziehungsweise da wirklich eine Disziplin zu haben, die dir immer genau anzuschauen und zu schauen, was, ja, meine Gedanken haben Auswirkungen auf meine Gefühle und meine ganze Wahrnehmung, mein Fokus hat Auswirkungen auf meine Gedanken, auf meine Interpretation, auf meine Bewertung der Symptome oder dessen, was ich da beobachte. Und deswegen, dann lernst du eben auch, ja, wie du wirklich wieder deine Aufmerksamkeit steuerst, wie du deinen Fokus steuerst, auf was bin ich ausgerichtet, ja, auf was bist du in deinem Leben auch ausgerichtet, ja. Jetzt übernehme ja quasi diese Ängste vor einem Herzinfarkt wirklich dein komplettes Leben. Also worauf bist du in deinem Leben ausgerichtet? Was macht dir Freude? Was tut dir auch gut, ja? Ja, also lern wieder deine Aufmerksamkeit so zu lenken, dass du rauskommst aus dieser Spirale. Das wünsche ich dir auf jeden Fall. Und dann vielleicht abschließend noch die Frage, soll ich mir Medikamente holen, um da eine Unterstützung zu haben? Naja, also das sehe ich so ein Stück zweischneidig, muss ich ehrlich sagen. Es kommt natürlich immer auf die Heftigkeit der Symptomatik an. Natürlich fühlt es sich für die meisten, die von Herzangst betroffen sind, wirklich sehr, sehr heftig und sehr, sehr schlimm an. Das ist gar keine Frage. Die Sache ist nur die, dass die Medikamente eben oft nicht dort ansetzen, wo, sag ich mal, das Übel seinen Ursprung hat. Nämlich an dem, was ich eben schon gesagt habe, an der fehlausgerichteten Aufmerksamkeit und an diesen Gedankenautomatismen, die quasi direkt diese Verknüpfung, diese Bewertung mit sich bringen. Ich bekomme einen Herzinfarkt. Ich muss sterben. Das heißt, Medikamente setzen nicht dort an. Natürlich kann in einzelnen Fällen für einen begrenzten Zeitraum auch mal medikamentös unterstützt werden, wenn vielleicht auch noch Begleiterkrankungen vorliegen. Eine depressive Symptomatik liegt zum Beispiel bei vielen Herzangstneurotikern vor. Klar, das kann schon unterstützend sein. Dennoch, es ist nicht Kern des Problems, sondern Kern des Problems sind eben diese Dinge, die ich eben schon mehrfach umrissen habe. Deswegen versuch an der Stelle, auf Medikamente zu verzichten. Es sei denn, du hast wesentliche andere Begleiterkrankungen. Dann maße ich mir da natürlich jetzt an dieser Stelle kein Urteil an. Das sollte sowieso vor Ort von einem Fachmann beurteilt werden. Das ersetzen meine Videos auf jeden Fall nicht. Und dementsprechend, ich wünsche euch da wirklich ganz, ganz viel Geduld mit euch, dass ihr euch wirklich einen Therapeuten sucht, dass ihr da eure ersten Schritte geht und dann eben schnellstmöglich aus dieser erdrückenden Angst herauskommt. Aber wichtig, und das ist ja Inhalt meiner Videos sehr oft, stellt euch euren Lebensthemen, stellt euch den inneren und äußeren Konfliktthemen. Schaut es euch an. Was ist da möglich? Was ist da unerledigt? Und dann bringt dort Frieden rein und bringt dort eine Lösung rein, eine Klarheit rein. Und dann wird das wunderbar werden. Hoffe ich sehr für euch. Und ich freue mich auf euch im nächsten Video. Bis dahin, eure Michaela. Ciao.